Ich finde es ganz normal, ich fänge uns auf, wenn wir uns da nicht gehen. Wenn wir uns die Einzelkunde, selbst wenn wir uns die Einzelkunde stellen, dann machen wir uns die ganze Figur, die beim Einzelkunde sehr gibt. Weil die Diskrepanzen sind am schärfsten. Erstmal mit der Einzelkunde in der Europäischen Union. Dann ein Zyniker natürlich. Und ein König, der seine Bevölkerung verachtet. Was bis zur Sprache und der Hauptflug, man kann ja auch nicht Deutsch verachten. Eigentlich ist der deutsche Hauptflug. Und mit dem ist das Idoll geworden. Das ist das Wahrzeichen des polsischen Patriotikers. Und das war jetzt so viel Widerspruch. Deswegen sagen wir uns das. Das ist das Worte, das ist Worte. In Nordrhein-Westfalen. Können wir noch einen Preis machen. Das war ja. Ja, ja. Das war Wurken. Wurken war der erste Präsident der polsischen Akademie. Letztendlich ruf war. Der erfüllte Rezettel des Schaufs. Der musste bei einem Tagskollegium von meinem Vater verfügen. Der war doch wahrscheinlich sehr unterschätzt. Er musste einfach in den Zeitpunkt das Schaum machen. Er musste reformieren. Ja. Das war das, was da wird passieren. Und dann wurde gesongen. Und er war ruhiger drin. Und er war natürlich in einem Tisch gesongen. Und er wurde auch begrafen. In einem Weinfass, glaube ich. Aber dazu gehört natürlich auch, dass an dem Gedenkmal, ich weiß nicht, was man gesehen hat. Das ist der Nähe. Was jetzt wieder spiegelt werden können. Da nun mal unter dem Schwanz des Pferdes stehen die individuellen Königsgarten auf einem besseren Pferd zu den Generellen. Es geht auch noch zur Tradition der Akademie. Die Linke Die Linke WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des 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 W Der Tal, an dem Mauch reitend, rülpsend furzend, den kleinen Friedrich zu, der mit seinen Soldaten in Krieg spiel. Während das Schliedraden zunehmend, das Feuer vermischt, erstarrt die Zähne. Die Bühne verwandelt sich in ein Geister-Schiff, auf dem tolle Matrosen den Kapitän den Masten nahe. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Kein Schema hat in dieser Zeit, als sie das große Weichen breit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020